Der Weihnachtsbord zum Skiflade kommt aus Dresden-Patritz. Wir haben den heutige Feld. Er ist 12 Meter lang und er wird jetzt in voller Blüte auf dem Augustusmarkt aufgestellt und alle Freundschaften. Der Baum stand vor ca. 22 Jahren in 1 Meter Höhe als Weihnachtsbaum in einer Stube und jetzt darf er ein zweites Mal als Weihnachtsbaum aufgestellt werden und zwar hier auf dem Augustusmarkt in Dresden.